Guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Sonntagmorgen, 20 vor 10. Der Bauer Hause und der Simon planen da eine kleine Motorradtour. Wir fahren in der Schweiz, Glaubenberg, Sürenberg. Mein Navi hat berechnet 170 Kilometer lang, 2 Stunden 52 Fahrzeit. Ich schaue noch mal nach. Wir fahren beide Yamaha, der Simon einen 600er Yamaha und ich einen 1000er Yamaha. Und wir fahren beide VW. Ich oder wir haben einen VW Touran und der Simon hat neu einen VW Amorak. Oberhalb von Sarnen haben wir an den wilden Fluss einen kleinen Stopp eingelegt und sind dann über den Sörenberg zurück durch Sendlebuch nach Hause gefahren. Und dann noch ein kleiner Ausflug zu einem See mit der Familie am späteren Nachmittag, Aschisee. Und im Restaurant dort gab es noch eine Glasse. Und weiter am Abend wurde grilliert im Smoker. Fisch, Gemüse, war super. haben sichır Coladiert. Fisch, Gemüse, wer thataker und Ab